Willkommen bei einem weiteren Video. Wir gucken jetzt Daily Dose of Internet. Seid dabei, lasst ein Like da, lasst ein Follow da und kommt auf Twitch, falls ich jetzt noch live sein sollte, denn am 31. haben wir mit dem Sabaton angefangen, deswegen rein in die Videobeschreibung und rein zum Twitch-Link. Ich würde sagen, let's go, wir gehen ins Video und es geht relativ schnell, deswegen lasst uns mal gucken, was so alles im Internet passiert, denn wir sind ja Menschen, die doch das Internet nutzen. Falls ihr dieses Video anschaut, dann nutzt ihr definitiv das Internet. Hello everyone, this is your daily dose of Internet. This professional stuntman went flying through a bus. No fucking way, was ist denn da los? Hä? War das für ein Videodreh? War das aus Versehen? Was ist da passiert? Ich habe sehr viele Fragen zu diesem einen kurzen Moment. Ist das für ein Videodreh? Was passiert hier? Das war kein Professional Stuntman. Stunt Cat. Oh my God, he's tough. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. So läuft es bei KFC ab, Leute. Genauso, wenn ihr es nächstes Mal bei KFC seid, denkt an diesen Club. Kann jemand in den Kommentaren, bitte, erzählen mir, warum dieses Baby-Head ist pulsing? Ah, was ist das? Was ist deine New Year's Resolution? Ich habe keine. Um ein Jahr zu leben. Oh, ich hoffe. Hopefully nicht. An Elephant started attacking the Safari Truck. Oh, oh, oh. Ich dachte, ich fahre. Ihr fragt eure Oma, was wünschst du dir so für nächstes Jahr? Das will man hören, ne? An Elephant started attacking the Safari Truck full of Taurus. Der nimmt es gleich so auseinander. Oh nein. Nein. Haben sie ihm die Stoßhörner abgerissen oder was? Oh, nein. Guys. Aber da muss wenigstens, wird er vielleicht nicht erschossen, weil er nicht mehr so lange Elfenbeinhörner hat. Oh, nein. Elephant 1 Fahrzeug 0. Oh, 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 oh. Oh, wow. 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 One of my subscribers recorded this video of the roof of a gas station moving in the wind. Oh, 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 das Dach. Oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Oh, das. Huss. Huh? Jetzt bin ich gegen Milchbaum, guck mal. Zu dem Clip. Aha. Genau so wird es bei mir ablaufen. Grandios. I found an artist that can make five different drawings at the same time. Was ein fucking genius. Der hat sich bestimmt diese fünf Sachen so rantrainiert. Are you sad? Mr. Mittens got you good, huh, buddy? Yeah. Easy. Drei, zwei, eins. Alter. Alter. Ich hab' einen Baum mitgenommen. Das ist das Ende dieses Video. Ich hoffe, ich habe deinen Tag einfach ein bisschen besser gemacht. Und ich will euch wiedersehen. Sehr, sehr, sehr. Guys, lasst gerne ein Abo mehr da. Das war erstmal Daily Dose auf Internet. Das sind auch ganz, ganz schnelle Videos. Das bedeutet, falls ihr auf diesem Channel gelandet seid, dann lasst ein Abo da. Das lohnt sich. Und schaut euch alle weiteren Videos an. Jedes einzelne.